Und hier ist sie wieder. Die 10 Euro Überraschung Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10 Euro Überraschung Show bei Perl TV. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Wir haben alles richtig gemacht. Die 10 Euro Überraschung Show startet jetzt wieder für Sie. Das heißt, tolle Sachen, die normalerweise wesentlich mehr kosten, werden jetzt exklusiv für Sie hier in dieser Sendung auf 10 Euro reduziert. Und Sie dürfen alles sogar bis zu fünfmal bestellen, wenn Sie möchten. Das heißt, schnell sein. Wir haben immer nur begrenztes Kontingent. Und was kommt? Ja, das wissen wir auch nicht, oder? Eine junge Dame kommt, die hat sich besonders hübsch für Sie gemacht, wie sie aussieht. Das erfahren Sie in wenigen Sekunden. Los geht's. Hier ist Janett. Janett für Sie mit der ersten Überraschung hier für 10 Euro. Und da schauen wir mal rein, was da drin ist. Oh, ist auf jeden Fall richtig. Die habe ich. Guck mal, ist das schön. Schauen Sie mal, das ist eine Uhr und zwar so eine richtig tolle, die man so anbringen kann. Von beiden Seiten kann man dann ablesen. Einmal hier dann natürlich die Uhrzeit ganz, ganz klassisch. Und auf der anderen Seite, da können wir sogar Temperatur mit ablesen. Und, warte mal, also Uhrzeit und Temperatur sofort im Blick, das ist ja schon mal cool. Aber alle Vögel singen für Sie. Zur vollen Stunde ertönen zwölf Vogelgesänge im Wechsel. So wissen Sie auf sympathische Art immer, welche Uhrzeit geschlagen hat. Das ist so ein bisschen die moderne Kuckucksuhr, oder? Nur, dass da kein Kuckuck herauskommt, sondern das jetzt eben im schönen, nostalgischen Bahnhofsuhrendesign. Weil ich kenne ja ganz viele, die mögen zwar die Kuckucksuhr, aber die sagen, auch optisch passt das nicht so in meine Einrichtung. Das ist eine ultra schicke Bahnhofsuhr und mit Temperaturanzeige und natürlich mit dem Vogelgezwitscher zu jeder vollen Stunde. Ist das nicht cool? Das ist doch wirklich ein Highlight. Also das ist mal was ganz, ganz Besonderes, wo man vielleicht auch gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Also ich habe sowas auch noch nie gesehen. Also ich kenne diese Uhren. Die sind natürlich sehr, sehr schön. Ich hätte auch nie gedacht, dass es sowas für 10 Euro gibt, weil die sind so schwer und hochwertig. Ich muss sie ja hier halten. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir schauen mal rüber zu den Kollegen, was sie normalerweise kostet. Und da sehen wir, Premium-Serie. Das heißt, am meisten bestellt, am besten bewertet. Hier für knapp 22 Euro. Und wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung von 45 Euro. Ist ja wirklich ein richtiger Knaller hier, das Gerät. Aber jetzt für Sie hier für fantastische Super 10 Euro. Echt wow, muss ich sagen. Und Karin, die hat bereits bestellt, also aber für den regulären Preis. Und sie schreibt dazu, ich selbst habe die Bahnhofsuhr mit doppelter Uhrzeit, das ist übrigens die, die ich auch habe, sehr nützlich, weil man die Uhrzeit von beiden Seiten sehen kann. Aber die Uhr ist sehr gut, weil man auch die Temperatur ablesen kann. Und jetzt nicht nur die Temperatur ablesen, was ja momentan sehr, sehr wichtig ist, sondern gleichzeitig noch mit dem Vogelgezwitscher. Und das mit zwölf verschiedenen Vogelstimmen. Ich könnte jetzt probieren, Ihnen zwölf verschiedene Vogelarten aufzuzählen. Ich glaube, ich bekomme es nicht zusammen. Die Uhr bekommt das schon. Das ist sehr, sehr sympathisch. Also gefällt mir gut. Vor allen Dingen ist es ein Schmuckstück von St. Leonard. Da macht man ja prinzipiell erstmal alles richtig, weil St. Leonard steht für sehr hochwertige Zeitinstrumente, sehr hochwertige Verarbeitung. Und ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch optisch natürlich hier mit diesen kleinen Verspielten. Das sind so kleine Highlights, die man immer erst entdeckt, wenn man erstmal genauer hinschaut. Ich zeige Ihnen das mal. Da oben, da ist das natürlich noch dran. Also richtig, richtig schön gemacht, das Ganze. Sieht sehr, sehr edel aus. Und können Sie natürlich auch schön befestigen. Also gerade im Flur zum Beispiel sieht das ja fantastisch aus. Es ist was ganz, ganz Besonderes. Auch mal so fürs Wohnzimmer vielleicht, weil es dann so schön in den Raum auch hineingeht. Und das hat nicht jeder. Damit beweisen Sie Geschmack, damit beweisen Sie einfach auch Stil. Das ist traumhaft schön, das Ganze. Ja, finde ich auch. Und wir haben auch hier eine Top-Kundenbewertung halt mit 5 von 5 Sternen. Die Kunden sagen ausgezeichnet, Kaufempfehlung. Hier sehen Sie es nochmal. Also alle sind hellauf begeistert. Ist übrigens auch ein schönes Geschenk für jemanden, der was Besonderes sucht für die Wohnung. Eine Uhr und Temperatur. Und Sie dürfen ja bis zu 5 Mal zugreifen. Da kann man ruhig eine selbst behalten, eine zum Verschenken. Auch hier schön mit der Temperaturanzeige. Also wunderschön gemacht. An alles gedacht. Und wenn das dann so an der Wand hängt, dann kann man das glaube ich auch drehen, oder? Also man sieht es dann von allen Seiten. Das ist natürlich praktisch. Und Kathi muss es schon mit zwei Händen halten. Die ist richtig schwer. Die ist richtig wertig, ne? Richtig toll verarbeitet. Hören Sie das? Das ist jetzt kein Plastik oder so. Das ist richtig hochwertiges Metall. Super schön auch nochmal so beschichtet. Ganz, ganz hochwertig das Ganze. Traumhaft schön, muss ich sagen. Also ich habe sowas auch vor allem für den Preis. Ich hätte auch gedacht, mindestens 40, 50 Euro kostet sowas. Gerade in der Qualität auch. Man merkt ja, dass es richtig schöne Qualität ist. Jetzt hier für Sie für 10 Euro. Also falls Sie da noch für eine außergewöhnliche Uhr suchen, die niemand hat, die auch gleichzeitig dann die Temperatur und die Uhrzeit anzeigt, dann sind Sie hier jetzt genau richtig. Also auch ein Wahnsinnsgeschenk, finde ich persönlich. Oh ja, und das jetzt 14 Euro. Seien Sie da ultra schnell. Die ist jetzt schon ganz stark nachgefragt. Hören wir vor allen Dingen bei der Preisersparnis. Wir schauen nochmal auf Pearl.de. Knapp 22 Euro hier schon in der Premium-Serie. Das heißt, am meisten bestellt, am besten bewertet und jetzt sofort zugreifen, weil Sie bekommen jetzt für 10 Euro mit der Bestellnummer NX 1420 und der 569. Also seien Sie da schnell und Sie dürfen bis zu fünfmal zugreifen. Ich wusste gar nicht, dass es so eine schicke Uhr eben auch noch mit Vogelgezwitscher gibt. Super, super schön das Ganze. Also hier ein toller Einstieg in unsere 10 Euro Überraschungsshow. Und wir holen mal unseren Buzzer nach vorne und holen uns natürlich direkt das nächste Produkt. Soll ich mal? Los! Da strahlt die Janett. Da freut sie sich. Da hat sie uns was Schönes mitgebracht. Vielen Dank. Immer strahlrein. Immer freundlich. So, gucken wir mal. Oh, das habe ich aber noch gar nicht gesehen. Das ist ja richtig toll. Eine Solarpowerbank. Stoß- und wetterfest. IP65, also für den Außenbereich geeignet. Und hier mit 4000 mAh. Die freundliche Wahl quasi, die unter umweltbewusste Wahl, die Sie hier treffen. Weil Sie haben ab jetzt immer einen Reservestrom für Ihr Smartphone dabei. Und Sie haben hier die Möglichkeit, dann direkt zwei Geräte gleichzeitig per USB einzustecken. Einmal 1 Ampere, einmal 2,1 Ampere. Auch für Tablet-PCs das Ganze. Es ist in dem Gerät auch noch eine tolle Taschenlampe integriert, die Sie einschalten können, wenn Sie wollen. Und da haben Sie immer Energie dabei. Für Ihr Smartphone zum Beispiel. Ein normales Smartphone braucht ca. 2000 mAh, um es einmal ganz aufzuladen. Also können Sie Ihr Smartphone komplett zweimal aufladen mit dieser Powerbank. Aber ja nicht nur das Smartphone. Es gibt ja auch so viele andere Geräte, die per USB geladen werden. Zumal die hier, die ist wirklich sehr, sehr umweltbewusst. Sie hat die Solarzelle. Auch eine Powerbank muss ja irgendwann mal wieder aufgeladen werden. Die hier, die können Sie nicht mehr vergessen aufzuladen. Weil das war früher bei mir häufig das Problem. Ich hatte zwar eine Powerbank, aber die war immer leer. Und dann hat es mir die beste Powerbank auch nichts. Die lädt sich automatisch immer durch die Solarzelle. Und da braucht es nicht mal mehr Sonnenenergie oder Sonnenlicht, sondern Tageslicht reicht da vollkommen aus. Und apropos Licht, wenn wir die mal umdrehen, da sehen Sie es hier schön. Im oberen Teil, das ist noch die kleine Taschenlampe. Auch ganz nützlich, wenn Sie mal noch etwas ausleuchten wollen. Dann haben Sie hier diese Aufhängeöse. Dann hat man es immer schön dabei. Selbst die USB-Anschlüsse sind mit so Bumpern immer schön geschützt. Ja, Spritzwasser geschützt. Und Camping, Outdoor, perfekt für Fahrradtouren, für jede Situation bestens geeignet. Und die hat eben auch hier dieses robuste Gehäuse. Also die kann man auch mal irgendwie unsacht irgendwo dagegen kommen lassen. Und größer als ein Handy ist sie auch nicht. Also die ist genauso groß, würde ich fast schon behaupten. Nimmt nicht viel Platz weg, dank ihrer schlanken Bauweise. Und für 10 Euro, ich bin wirklich beeindruckt. Und jetzt eben zwei USB, nee, drei USB-Geräte sogar gleichzeitig. Genial. Richtig praktisch das Ganze. Stoß und wetterfest. Und viele sagen bereits, dass die für den Outdoor-Bereich sehr gut geeignet ist. Gerade dann natürlich auch für Urlaub zum Beispiel. Oder auch hier, der Kurt hat uns geschrieben. Liebe Grüße, hallo Kurt. Schön, dass du die schon bestellt hast. Sie bekommen sie jetzt natürlich auch nochmal zum TV-Sonderpreis. Er schreibt, die Powerbank ist optimal für Navi-Geräte und Handys. Lädt gut auf und versorgt mich beim Wandern mit ausreichend Energie. Top-Gerät für diesen Preis. Finde ich auch. Also sehr faszinierend, weil Powerbanks sind heutzutage super teuer. Da ja heutzutage fast jeder in Smartphone besitzt, werden die Powerbanks natürlich auch immer teurer. Mehr Leistung. Und jetzt bei uns knallhart reduziert auf 10 Euro. Da seien Sie bitte ganz, ganz schnell. Vor allen Dingen ist es auch schön, dass ich hier mehrere Geräte gleichzeitig anschließen kann. Das haben ja auch die allerwenigsten. Hast du die Möglichkeit, eins anzuschließen? Ja, und jetzt hier gleich drei Geräte. Und Sie dürfen diese Powerbank bis zu fünfmal bestellen auch. Deshalb nutzen Sie das aus. Die Bestellnummer für Sie, die PX1857569. Bis zu fünfmal dürfen Sie bestellen. Denken Sie auch an die Kinder und die Enkelkinder. Auch die brauchen ja sowas. Ich meine, die wollen sie immer erreichen. Die sollen immer erreichbar sein. Deshalb geben Sie denen immer eine Powerbank mit. Gerade wenn die irgendwo unterwegs sind, dann sind die bestens ausgestattet. Jetzt schnell sein. Es lohnt sich, wie Sie sehen. Alles quer durch den Gemüsegarten. Und alles dabei. Und ich hätte jetzt gerne mal Schmuck. Anne möchte Schmuck oder Spielzeug. Wäre auch schön. Oder was für die Kinder oder sowas ist auch immer toll. Wir schauen mal rein. Das ist eine große Box, die wir hier haben. Schmuck für den Garten. Das ist eine ganz, ganz tolle Dekoration. Super schön. Das ist einer der Highlights hier bei uns aus dem Programm. Und jetzt hier in der 10 Euro Überraschung Show. Wie schön. Das ist so eine Laterne, so eine Metalllaterne mit so ganz, ganz tollen, schönen Ornamenten. Und hier oben, da haben wir ein Solarpanel eingebaut und einen Dämmerungssensor. Das heißt, sobald es dunkel wird, tagsüber nimmt die hier Tages- bzw. Sonnenlicht auf. Und sobald es dunkel wird, fängt die an zu leuchten. Und das auch in schönen Regenbogenfarben. Und es strahlt so schön durch diese Ornamente dann nach draußen. Es sieht wunderschön aus. Erinnert mich an Urlaub. Das erinnert mich an Urlaub. Und das erinnert, oh, guck mal, so Indien oder so ein orientalischer Markt. Irgendwas Verspieltes, die Ornamente, was ganz Besonderes. Und das wird dann gespiegelt auf dem Tisch. Und, oh, das ist ja toll. Und sie haben keine Folgekosten. Weil normalerweise bei so einer Laterne gehört entweder eine Kerze rein. Kerze, offenes Feuer, wissen wir selbst, Gefahr. Oder eben, man hat einen Stromanschluss. Dann hast du meistens ein störendes Kabel. Hier gibt es weder noch. Weil das Ganze wird solarbetrieben. Eine kleine LED befindet sich in der Mitte. Und hier im oberen Teil eben dann die Solarzelle. Das heißt, sie haben auch keine Folgekosten mehr. Die sieht aber auch wirklich unfassbar schön aus. Und auch von der Verarbeitung, das ist kein Plastik, ne? Nee, die ist sehr, sehr hochwertig gemacht. Und Sie können hier oben im oberen Teil, ich zeige das einmal, da ist natürlich auch das Licht drin, selber entscheiden, ob das auch farblich sein soll. Das sieht natürlich auch ganz toll aus. Das wechselt dann auch so schön die Farbe. Schauen Sie mal, oh, mit dem Grün, wie wahnsinnig das aussieht. Und hier das Blau. Schauen Sie mal, boah, ist das schön. Und guck mal, hier auf dem Tisch kommen dann die ganzen Ornamente. Das ist super schön, das Ganze. Sieht wirklich absolut genial aus. Versuchen wir mal, die Ornamente so ein bisschen zu zeigen, dass Sie sehen können. Warte, wir stellen es vielleicht so. Dann können wir nämlich sehen, was da auf dem Tisch ist. Boah, schauen Sie mal. Wow. Ist das schön. Ah, das gefällt. Sie sehen das? Also das ist ja ein Highlight. Das ist heute mein persönliches Highlight. Ich liebe ja so Laternen und Lichter und Dekoration. Nur mich nervt es immer bei den Laternen, dass man ständig Kerzen nachkauft. Oh, guck dir das mal an. Wow. Wie schön das ist. Und wenn die dann auch aufgehängt ist und das so ein bisschen sich bewegt vielleicht auch. Sie können ja auch hier bis zu fünf Stück bestellen und die entweder aufstellen oder auch aufhängen, wenn Sie möchten. Das sieht so schön aus. Das ist traumhaft schön. Wieder schillert. Oh, guck mal hier. Wahnsinn. Ist das toll. Also es begeistert mich wirklich total das Ganze. Sieht super schön aus. Ganz edel und elegant. Große Größe, die Sie haben. Und wenn Sie mal möchten, können Sie sogar hier oben diese Solareinheit rausnehmen und sogar da auch eine richtige Kerze reinstellen. Das geht nämlich auch. Auch eine gute Idee. Also Sie sehen es mehr oder vielseitig einsetzbar. Nur wichtig ist, dass Sie jetzt ganz, ganz schnell sind, weil so etwas normalerweise ultra teuer ist. Jetzt bei uns für 10 Euro gehen Sie da schnell in die Leitung. Die Bestellnummer ist die NX3200 und die 569. Sie haben keine Folgekosten. Sie müssen an nichts denken, denn durch den Dämmerungssensor schaltet die sich auch automatisch ein und aus. Und die ist sogar spritzwassergeschützt. Also die dürfen Sie natürlich auch bei Regen draußen stehen lassen. Jetzt zugreifen NX3200 und die 569 bis zu fünfmal. Ich kann nur sagen, nutzen Sie die Gelegenheit, weil das ist wirklich ein Knaller. 14 Ohren auch so hinhängen. Auch sehr hübsch. Sieht super schön aus. Egal wie. Sieht super schön aus. Sehr, sehr edel. Als Geschenk perfekt geeignet. Also würde ich auch unbedingt immer eine extra bestellen, die man dann mitgeben kann oder mitnehmen kann als Geschenk, wenn man irgendwo eingeladen ist. Weil sowas sieht toll aus. Oh ja. Begeistert mich total. Komm, machen wir mal. Oh, Preis-Alarm. Wir haben einen Preis-Alarm. Wissen Sie schon, was der Preis-Alarm ist? Haben Sie das schon mal erlebt? Das ist ein tolles Highlight, das eigentlich gar nicht hier in die 10-Euro-Überrassungs-Show darf. Das haben wir jetzt aber hier. Und es kostet auch nur 10 Euro, obwohl das niemals eigentlich 10 Euro kostet. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Das ist eine Handy-Uhr, eine Smartwatch, die wir hier haben. Eine Handy-Uhr-Smartwatch für 10 Euro. Das ist doch der Wahnsinn. Ich glaube es nicht. Die kosten normalerweise über 100 Euro und so einige Modelle. Kennen Sie auch, oder? Hier jetzt für 10 Euro. Die ist vertrags- und SIM-Log-frei. Also Sie können einfach eine Micro-SIM einlegen, sind dann weltweit erreichbar. Dann Quad-Band-Telefonie und können mit Ihrer Uhr am Handgelenk dann telefonieren, wenn Sie wollen. Großes Farbdisplay und viele, viele Extras mit dabei. Da ist zum Beispiel Schrittzähler mit dabei, Kalorienrechner, Bewegungsalarm, Schlafüberwachung. Telefonbuch, Vibrationsalarm und sogar eine Kamera, eine Fotokamera ist mit eingebaut. Boah! Und dann sieht die auch noch super schick aus. Und das Ganze vertrags- und SIM-Log-frei. Wissen Sie, was man normalerweise für so eine Uhr ausgeben müsste? Das ist der Wahnsinn. Und die sieht auch richtig edel aus, hier mit dieser silbernen Umrandung. Also das jetzt für 10 Euro, das ist eine absolute Ausnahme, ein echtes Highlight. Schauen Sie mal, hier, die sind ja momentan in aller Munde, so was will ja jeder haben. Braucht man, glaube ich, nicht erklären, was man damit machen kann. Jeder kennt sie, gerade auch sehr beliebt bei Kindern, bei den Enkelkindern. Hat man überall auf dem Schulhof. Jeder will das haben. Und dann kosten die aber teilweise 300, 400 Euro, was ja auch sehr viel Geld ist. Und jetzt machen wir es möglich. Jetzt gehen Sie sofort am besten in die Leitung, nicht länger warten. Auch toll mit der Kamerafunktion, das ja an alles gedacht. Saskia hat uns geschrieben aus Niendorf, sie schreibt, ich habe die Smartwatch für meine 8-jährige Tochter gekauft, damit ich sie immer erreichen kann oder sie mich. Sie hat das sehr schnell verstanden, wie es funktioniert. Einfach unverständlich gehalten. Oder auch die Ilke aus Kassel. Sie schreibt, ideal für Sport, Freizeit und Shopping, weil man nicht ständig das Smartphone aus der Tasche holen muss. Sie können entweder eine SIM-Karte einlegen, Sie können es aber auch per Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden und haben dann sogar die Möglichkeit, sich hier Push-Benachrichtigungen, zum Beispiel aus den sozialen Netzwerken, direkt auf dieser Smartwatch anzeigen zu lassen. Also es ist ein Top-Produkt. Wirklich vertrags- und SIM-Log-frei, entweder mit einer SIM-Karte oder auch dann per Bluetooth mit dem Smartphone verbinden. Und dann haben Sie hier alle Optionen. Da sind so viele extra Optionen mit dabei. Sogar eine Kamera ist damit eingebaut. Das ist unglaublich für 10 Euro. Also Sie dürfen hier einmal bestellen. Einmal pro Besteller bitte. Eins pro Besteller nur. Oh, da ist schon viel los im Callcenter. Einmal pro Besteller für 10 Euro. Eine Handy-Uhr-Smartwatch. Also sowas ist, glaube ich, noch nie hier passiert. Also ich weiß auch nicht, wie wir das machen. Aber ist auch wurscht. Schnell. Seien Sie ganz schnell. Selbst wenn das jetzt ein Fehler hier in der Sendung ist. Sie dürfen jetzt ganz schnell zum Telefonhörer greifen und bestellen. Machen Sie das. PX3914 und die 560. Ich weiß, die ist ja schon für den regulären Preis bei uns einmal sehr, sehr beliebt. Weil die eben auch so schön ist. Die hat dieses praktische Silikonarmband. Dann das wunderbare Gehäuse, wie wir es hier nochmal schön sehen. Sehr, sehr edel gemacht. Für Mann, für Frau. Gerade auch mal zum Ausprobieren. Vielleicht haben Sie schon öfters von so einer Smartwatch gehört und gedacht, ist das was für mich? Ist das was für mich? Dann nutzen Sie es jetzt, um mal auszuprobieren. Ich meine, 10 Euro, das ist jetzt die Gelegenheit. Weil wer jetzt nicht zugreift, der wird sich definitiv ärgern. Unverbindliche Preisempfehlung, 80 Euro. 80 Euro, das müssen Sie sich mal überlegen. 80 Euro unverbindliche Preisempfehlung. Und jetzt hier für 10 Euro. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also einmal pro Besteller dürfen wir die nur rausgeben. Einmal, das war der Preisalarm. Deshalb sichern Sie sich jetzt ganz schnell Ihre Handy-Uhr-Smartwatch für 10 Euro. Ich meine, für Sie selber oder vielleicht als Geschenk für jemanden. Also wirklich bei 10 Euro. Ich glaube, da überlegt man gar nicht lange. 10 Euro für eine Handy-Uhr-Smartwatch. Testen Sie es einfach mal. Das ist so genial. Wow. Ich finde es auch ein Hammer. Also wirklich ultra schön. Seien Sie da schnell. Nutzen Sie die Gelegenheit. Gucken Sie sich die Uhr an. Ist die schön oder ist die schön? Die ist gigantisch. Eine vollwertige Handy-Uhr und Smartwatch. Und schauen Sie mal, online schon sehr günstig mit 30 Euro knapp. Und jetzt bei uns 14 Euro. Das ist ja der Hammer. Überlegen Sie mal, wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Von 80 Euro. Jetzt ganz, ganz schnell sein. Weil wenn dieses Kontingent vergriffen ist, dann ist es weg. 10 Euro. Ich glaube, das werden wir auch so nie wieder bekommen. Na, das ist eine Ausnahme. PX 39 14 569. Noch mal die Bestellnummer. Ganz schnell ran, bevor die alle weg sind. Dass Sie Ihre Handy-Uhr-Smartwatch für 10 Euro bekommen. Eine bekommen Sie auf jeden Fall. Und wir schauen weiter. Komm. Noch mal. Gut. Das war ja so ein Knaller. Falls Sie gerade erst zugeschaltet haben. Wir sind in der 10 Euro Überraschungsshow. Es gibt tolle Überraschungen für 10 Euro. Eben Preis. Alle haben die Handy-Uhr-Smartwatch für 10 Euro. Sie können alles auch nochmal anschauen unter www.pearl.tv. Und das, das ist eine Bombe. Noch so ein Knaller. Das ist so ein geniales Teil. Klein und kompakt. Und das ist ein Luftreiniger, ein Ionisator, den wir hier haben. Und der ist komplett mit Akku betrieben. Das heißt, kabellos kann man überall hinstellen und einsetzen. Genau. Das ist richtig nützlich. Zum Beispiel für den Kühlschrank. Da entstehen ja auch ab und zu mal unangenehme Gerüche. Zum Beispiel durch Käse. Starker, stinkender Käse, der natürlich auch sehr lecker schmeckt. Oder zum Beispiel Schuhregal, Kleiderschränke oder im Auto. Egal, wo Sie ihn aufstellen. Dieser Ionisator sorgt für gereinigte, saubere, frische Luft. Denn der Ionisator, das sagt schon der Name, reichert hier die Luft mit wertvollen Anionen an. Und das Prinzip ist ganz einfach. Aufstellen, einschalten, dann wird die verunreinigte Luft eingesaugt und kommt vorne gereinigt wieder heraus. Schuhregal ist natürlich auch ein schönes Anwendungsbeispiel. Beispiel Kleiderschrank, Auto, Kühlschrank. Egal, wo. Hier werden nahezu alle Bakterien aus der Luft entfernt. Und das ganz ohne Chemikalien. Aber natürlich auch für den Kühlschrank ist es sehr beliebt, weil damit natürlich nicht nur die Gerüche eliminiert werden, sondern auch die Lebensmittel länger frisch bleiben. Und durch seine kleinen, kompakten Maße ist es eben auch sehr schön und flexibel einsetzbar. Einfach nur irgendwo aufstellen, wo es eben unangenehm müffelt. Oder wo Sie eben sagen, hier brauche ich frische, saubere Luft. Sie können ja überall mit hinnehmen. Der ist ja batteriebetrieben. Das heißt, Sie brauchen auch keine Kabel. Umso besser. Und solche kleinen Ionisatoren werden übrigens auch in der Automobilbranche eingesetzt. Wenn Gebrauchtwagen immer wieder verkauft werden, zum Auffrischen, dann übertünscht man das nicht nur mit irgendwelchen Gerüchen und Chemikalien, sondern man beseitigt das Ganze. Und Jutta aus Schwäbisch Hall schreibt dazu, ich kann das Gerät nur empfehlen. Es ist für den Kühlschrank unschlagbar. Kein Geruch mehr. Obst und Gemüse bleiben länger frisch. Und Katja aus Bernau schreibt, wir haben dieses Produkt schon viele Jahre und sind sehr zufrieden. Deshalb haben wir für unsere Nachbarin das Produkt ebenfalls gekauft. Es ist auch ganz, ganz klasse. Also auch zum Beispiel, wenn Sie einen Wohnwagen oder Wohnmobil haben oder sowas und sagen, da möchte ich die Luft ein bisschen frischer und aufbereiteter haben, dann natürlich sowas reinstellen. Sie dürfen ja jetzt bis zu fünf Stück bestellen. Gerade auch, was wir gesehen haben, Kleiderschränke finde ich super, weil da hat man manchmal so einen muffigen Geruch auch irgendwie. Vielleicht ist es auch ein Schrank im Keller oder auf dem Dachboden. Probieren Sie es mal aus. Das ist so fantastisch. Also ich bin da hellauf begeistert von, weil man merkt richtig, die Luft wird frischer. Man merkt richtig, dass hier Staub, Milben, Gerüche, wie auch zum Beispiel Zigarettenrauch, Viren und Bakterien oder Pollen, dass die richtig aus der Luft herausgenommen werden und dann kommt die gereinigte, mit Anion angereicherte Luft vorne wieder raus. Das ist so eine Sensation. Also wenn auch Sie manchmal Probleme haben und denken, oh, das riecht oder ich bin auch mal so ein bisschen matt, probieren Sie das doch mal mit so einem Luftreiniger aus. Das ist so fantastisch. Also gerade hier der Kleine, den man überall aufstellen kann, auch mal zum Beispiel auf dem Schreibtisch könnte man den aufstellen. Das ist so toll. Also ich merke sofort bei mir, bei mir geht es so viel besser, wenn ich saubere Luft habe, wenn ich so eine Luftreiniger irgendwo habe, wenn ich merke, oh, die Luft ist wie gewaschen. Das fühlt sich an, als ob die Luft gewaschen wird. Das ist so ein tolles Gefühl. Testen Sie das bitte mal. Ja, vor allen Dingen ist man dann auch viel leistungsfähiger, wenn dann natürlich die Raumluft mit wertvollen Anionen angereichert wird. Die Bestellnummer, und auch hier dürfen Sie bis zu fünfmal zugreifen, ist die NX 75 38 und die 5, 6, 9. Und kleiner Tipp, bestellen Sie ruhig gleich fünfmal. Denn dann kann man einen immer direkt im Kühlschrank stehen haben. Einen für den Schreibtisch, für den Kleiderschrank, für den Schuhschrank. Vielleicht haben Sie auch so einen Schrank, wo Sie zum Beispiel die Sportkleidung immer aufbewahren, die Sporttasche. Egal wo, einfach aufstellen. Oder wenn Sie vielleicht auch Raucher sind, wenn Sie im Auto rauchen, auch da ganz gerne einfach aufstellen. Also man sollte hier schon bis zu fünfmal zugreifen. Also für das Auto finde ich es auch super, weil man hat ja immer mal Gerüche im Auto. Vielleicht fährt Ihr Hund ja auch mal im Auto mit oder sowas. Dann riecht das ja auch manchmal. Das ist so praktisch. Also ich würde immer einen im Auto haben, den man dann zwischendurch mal anmachen kann, um das Auto wieder aufzubereiten. Dann erhält man ja auch den Wert des Autos. Das ist ja wirklich nur sinnvoll. Und ja auch bei den Schuhen, das ist so gut dann einfach, wenn es dann nicht irgendwie nach Schweißfuß riecht, sondern schön und angenehm. Das ist toll, ne? Da, jetzt sagst du noch mal. Soll ich noch mal? Okay, und los! Neue Runde, neues Glück. Scharnettchen kommt zu uns. Vielen Dank. Ich glaube auch letzte Runde, oder? Schauen wir mal. Oh, das ist natürlich auch toll. Wir haben nämlich gleich ein Dreier-Set für Sie. Es sind gleich drei. Drei Stück von unseren Funk-Steckdosen mit Fernbedienung. Das bedeutet, wenn Sie irgendwo elektronische Geräte haben, die müssen Sie ja sonst in die Steckdose einstecken und dann, wenn Sie die anschalten wollen, müssen Sie immer hinlaufen, um die anzuschalten. Wenn Sie jetzt aber hier diese Funk-Steckdose zwischenstecken an Ihrer Steckdose, dann können Sie mit der Fernbedienung hier Ihre Steckdose, beziehungsweise das elektronische Gerät, das hier eingesteckt ist, direkt an- oder auch ausschalten. Das ist richtig cool. Zum Beispiel auch, wenn man ganz viele Stecker oder Steckdosen unterm Schreibtisch hat, also gerade so Büro-Schreibtisch, Computer und was man dann noch alles angeschlossen hat, den Drucker, vielleicht noch ein Festnetztelefon. Und wenn man das ausstecken will, müsste man ja theoretisch jedes Mal unter den Schreibtisch. Das ist nervig. Oder wenn Sie auch viel Beleuchtung haben, gerade jetzt, ich weiß, Weihnachten ist noch ein Stückchen hin, aber gerade auch so für Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung. Man hat hier diese praktische Fernbedienung. Sie müssen nicht mehr irgendwie was ausstecken. Und dann ist natürlich, die Geräte sind dann auch aus. Also da ist dann nichts mehr mit Status-LED, die noch leuchtet. Diese Standby-Geräte, da bedeutet aus, aus. Das ist so toll. Weil einmal natürlich bei Standby-Geräten zum Beispiel kann man Strom sparen. Auch Standby verbraucht ja Strom. Deshalb, das ist sehr, sehr sinnvoll. Aber dann halt auch, wie Anna gesagt hat, bei zum Beispiel elektronischen Geräten, die gar keinen An- und Ausschalter haben. Oder wo der An- und Ausschalter irgendwo sehr, sehr merkwürdig liegt. Das ist bei uns so, wir haben eine Lampe. Oh, da sehen wir gerade einmal hier die Standby-Kosten. Das ist 115 Euro pro Jahr, wenn man das mal hochrechnet, die man sparen kann. Wenn man Geräte richtig ausschaltet und sie nicht im Standby lässt. Also das ist sehr, sehr sinnvoll, das Ganze. Und natürlich dann auch für halt solche, wir haben eine Lampe zu Hause, die steht hinterm Fernseher. Man soll ja hinterm Fernseher eine Lampe haben. Der Fernseher steht auf so einem kleinen Sideboard. Und wenn man diese Lampe jetzt aber an- oder ausschalten möchte, vielleicht haben sie auch so eine, muss man da immer hinterlaufen, muss hinter das Sideboard. Da muss man die unten am Boden anmachen. Das ist total umständlich. Aber die hat ja nur da ihren An- und Ausschalter. Aber wenn man jetzt so was nimmt und das zwischenschaltet, dann kann man mit der Fernbedienung einfach ganz einfach an- und ausschalten. Das ist natürlich clever. Dann bleiben Sie auf dem Sofa sitzen und schalten vom Sofa aus die Lampe an und aus. Oder auch vom Bett. Vielleicht haben Sie auch so eine Lampe irgendwie im Schlafzimmer, die Sie ganz bequem vom Bett ausschalten wollen. Dann einfach hier zwischenstecken und dann können Sie das an- und ausschalten. Also ich bin begeistert. Normalerweise, ich hatte solche Steckdosen, die man eben mit Fernbedienung betreiben kann, schon mal im Baumarkt gesehen. Aber da kam eine 10 Euro. Jetzt bekommen Sie das Dreier-Set plus Fernbedienung für 10 Euro. Also da muss man ganz schnell sein. Und apropos schnell sein. Bei unserem Preisalarm hat unter anderem die Renate zugeschlagen. Unsere Handyohren-Smartwatch ist derzeit ganz stark beliebt. Alle, die bereits schon zugegriffen haben, viel Spaß damit. Und alle, die noch so eine Smartwatch haben wollen, kann ich nur sagen, jetzt ganz schnell sein. Denn wenn Sie nicht schnell genug sind, andere sind jetzt schon fleißig am Bestellen, die ist natürlich auch toll. Für 10 Euro, seien Sie da schnell. Und gleich mitbestellen hier die Funksteckdosen. Die sind so praktisch, die braucht man immer. Und das sind jetzt drei Stück. Drei von diesen Funksteckdosen für 10 Euro. Das Dreier-Set mit der Bestellnummer PX2949569. Rufen Sie am besten gleich nochmal an, um die mitzubestellen. Dürfen Sie sogar bis zu fünfmal mitbestellen, wenn Sie möchten, das Dreier-Set. Alle Ihre Bestellungen werden eh zusammengefasst und gesammelt. Sie zahlen nur einmal täglich Porto und Versandkosten. Deshalb einfach nochmal schnell anrufen, mit reinlegen lassen ins Paket von den Kollegen. Und dann sind Sie bestens ausgestattet, auch mit so tollen Funksteckdosen. Also mal für 10 Euro drei Stück. Ich meine, das ist doch ein Knaller, ne? Apropos Knall, denken Sie an den Preisalarm. Der ist schon so gut wie auf den letzten Stückzahlen. Unsere Handy und Smartwatch. Also jetzt nochmal ganz, ganz schnell ans Telefon. 0 180 51 51 und dreimal die 2 ist die Telefonnummer. Seien Sie schnell. Ja, wir sagen schon mal Tschüss und wünschen Ihnen ganz viel Spaß mit Ihren neuen Lieblingsprodukten aus der 10 Euro Überraschung. Und wie gesagt, schnell sein lohnt sich hier definitiv. Also, viel Spaß. 0 2 1 1 1. Vielen Dank.